Okay. So, wo bist du denn? Okay. Hier. So, wir machen da ein Roleplay draus. Also, kann ich auch? Hey, Corona. Hey, Hugo, was los? Alter, wo sind wir hier? Alter, ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist ein bisschen spooky, ja? Robin steht vor der Tür. Ey, ohne Witz. Ich hätte diesen Urlaub niemals buchen sollen. Alter, das ist Pauschalurlaub. Wo ist der Wallpool? Was hast du bezahlt? Auch 900? Ich hab 1200 bezahlt. Wo hast du denn 900 bezahlt? Digga, hast du mich abgezogen? Überclever heißt die. Scheiße, ab in den Urlaub bei mir. Ach, fuck. Ich hätte Michael Ballack niemals vertrauen sollen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich bin ins Flugzeug gestiegen, eingeschlafen. Und jetzt bin ich hier und hab dieses komische Gerät in der Hand. Hast du auch eins bekommen? Ja. Das ist Wahnsinn. Der Hunter Mate, Alter. Das ist der Hunter Mate 3000. Ja, Mann. Und er ist Outdoor-Proof. Geil, Alter. Huch. Ich hab irgendwas gedrückt. Ich bin irgendwo auf die Taste gekommen und habe jetzt eine Karte vor mir. Wow, das ist ja abgefahren, Alter. Oh, wer ist er denn? Ride Philo. Ride Philo. Hey, Mann. Alter, guck mal, der ist... Alter, Junge... Ich mach ihn weg. Wir sind... Hugo, beruhig dich. Da kenn ich nix. Beruhig dich, Hugo. Ganz ruhig. Okay, okay, okay. Der wurde auch verarscht vom Reiseveranstalter. Ich kenn den nicht, Mann. Ich kenn den nicht. Der wurde aber wie verarscht. Aber guck mal hier. Okay. Er scheint gewusst zu haben, dass es hier arschkalt ist. Er hat eine Mütze und eine Stahlung. Ja, Mann. Er ist uns voraus. Was hab ich angelt? Ich kann nicht an mir runtergucken. Boah, Alter. Okay, ich muss das festhalten. Es ist die neue Krenne. Grinst mal ein bisschen. Ich versuch's. Es ist so kalt hier. Haut ab. Ryder. Verdammt, er kann laufen. Er kann laufen. Wie kann... Ryder. Wie kann man laufen? Ryder, kann ich deine Mütze haben? Hilfe, Hugo. Ich bin gefahren. Ich komm wieder hoch. Wie? Ah, okay. Verdammt, Hugo. Ich hab was verloren. Irgendwo hier muss meine Brille sein. Corona. Ich hab mein... Ich hab dieses Gerät, was sie mir im Flugzeug gegeben haben, verloren. Ich such es. Ich such es. Wo ist es? Warte. Ich warte. Das muss hier irgendwo sein. Irgendwo muss es hier sein. Corona, ohne Witz. Ja, Hugo. Ich bin aufgeschmissen. Vielleicht hier im Busch. Es muss irgendwo da sein. Es muss irgendwo. Oh nein. Er hat doch irgendjemand nachgeladen. Oh Gott. Oh mein Gott, er kommt auf uns zu. Tu so, als wärst du ein Baum. Tu so, als wärst du ein Baum. Komm, 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 Kollege. Leg mal schön die Waffe weg. Raucht er? Er hat was. Er raucht. Nein, er hat dieses Gerät. Er hat mein Gerät. Er hat dein Gerät. Ich boxe den. Box ihn. Oh. Corona, du schöner Mann. Oh. Kann man noch zoomen? Nein, kann man nicht. Hallo? Ich bin verwirrt. Tab, tab. Drück mal tab. Oh Gott. Ja Mann, ich hab mein Gerät wieder. Danke, Corona. Danke, danke. Ich liege dir zu Füßen. Ich küsse deine Augen, Herr Bibi. Wo bist du? Haha, Bibi. Ah. Okay. Hugo, der Mond geht auf. Vielleicht war er schon da. Okay, was machen wir? Wir sollten etwas jagen. Ich hab Hunger. Oh, wo ist Wright hin? Wright ist weg. Er ist einfach... Er ist im Nebel verschwunden. Der Wald hat ihn. Wir können nichts mehr für ihn tun. Okay, der Wald hat ihn. Okay, Corona. Was machen wir? Mir ist kalt. Was hab ich an? Was hast du an? Du hast nur ein T-Shirt an. Echt? Ja. Du hast immerhin so einen grünen Parka an. Werewolf is chasing me. Fucking shit, hier gibt's Werwölfe. Was? Hier gibt's fucking Werwölfe. Was? Ich versuche mal rauszufinden, was wir jagen können. Okay. Okay, wir können aktuell... Da. Wie sehe ich aus, Gewinner? Da fällt mir ein Witz ein. Kennst du den Witz von dem Pärchen in Australien? Das durch die Wüste spaziert oder durchs Land. Und da sagt die Frau, was ist das eigentlich für ein Tier? Und da sagt er, das ist ein Dunguru. Und dann sagt sie, und was ist das für ein Tier? Und dann sagt er, das ist auch ein Dunguru. Und dann sagt die Frau, und das da? Und dann sagt der Mann, das ist auch ein Dunguru. Dann sagt sie, wie kann das denn sein, dass das alles Dungurus sind? Sehen ja alle unterschiedlich aus. Dann sagt er, guck mal auf das Schild. Steht doch drauf. Wir gehen einfach mal hier lang, oder? Ich bin schon aus der Puste, Hugo. Das war, das war, oh Gott, das war viel zu schnell für mich jetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir laufen von den anderen weg. Hier sind Spinnweben. Ja. Wie sprintet man denn? Ich habe keine Ahnung. Du bist schneller als ich. Hugo, ich komme nicht hin. Drück mal den C-Muskel. Ah, C. Oh Gott, was war das? Was war was? Da hinten ist was riesengroßes langgelaufen. Wo? Direkt 12 Uhr, über die Straße. Echt? Es war riesig. Es war größer als die Tanne da hinten. Hä? Als ob. Vielleicht war es ein Yeti. Alter, wir finden ein Yeti. Mann, wir werden berühmt, ey. Ja, Mann. Digga, komm, lass uns das holen, Alter. Die 900 Euro haben sich gelohnt. Okay, bei dir die 1200. Die haben mich abgezogen, die Schweine. Da ist ein Yeti, aber das Mindeste. Ich finde es ganz schön scheiße hier. Ah, man darf hier nur 40 fahren. Ich habe mich so auf vier Tage Montenaco gefreut. Fucking Michael Ballack und sein Appetit-Urlaubwerbespot, Mann. Echt mal? Hier sind aber auch keine Spuren oder so. Hast du irgendwas entdeckt? Ich höre etwas. Es ist da eine Kuh in einem Becher. Oder sollten wir zu den anderen gehen? Ah, was? Die sind nur zu laut. Die verscheuchen uns das Wild. Ryder ist bei den anderen. Ja, wir sind erfahrene Jäger, oder? Ich meine, ich habe schon mal eine Maus erledigt. Never. Doch, Mann. Richtig kapital. Sie war sogar ausgewachsen. Ich habe nur schon mal einen Marder gefangen. Boah. Ehrlich jetzt? Wie hast du das gemacht? Mit einer Falle. Eine Marder-Falle. Bei RTU habe ich die gekauft. Krass. Mit dir im Wald alleine. Das kommt mir die Zeit ewig vor. Was soll ich denn sagen? Ich muss gleich allein nach Haus. Kannst du überhaupt Spuren lesen? Nein, Mann. Kann ich mal lesen. Fuck, Alter. Ich bin gestolpert. Du verschwindest auf einmal und dann hörst du so ein Huch. Mach nicht so laut. Du verschreckst die Beute. Oh, fick mein Leben, Alter. Hast du schon herausgefunden, was der Knopf macht? Da ist was. Zwölf Uhr am Baum. Wo? Wo? Zwölf Uhr am Baum. Es hat ein Gewehr. Was? Ach, das bist du. Was? Ja, dein Name ist viel näher dran als dein Körper. Alter! Da räuchte was Rotes. Holy shit, was ist das? Ich sehe es auch. Das ist was Totes. Holy shit. Ein Bär. Warte, warte. You need a license. Verdammt. Ich habe keine Lizenz, dieses Ding zu erliegen. Erliegen? Ich habe keine Lizenz, diesen Trail zu lesen. Verdammt, Hugo. Komm mal her. Verdammt. Oh, Alter, Hugo. Alter! Du blöder Penner, Mann. Ich kann nicht mal auf dich schießen. Are you scared? You need a license. Hier, Hugo. Hier sind Blutspuren. Nee. Ah. Rocky Mountain Elk. Missing license. Verdammt. You need a license. Hier ist kacke, Hugo. Nee, echt jetzt? Schmeckt nussig. Zeig mal. Ich will auch mal probieren. Ja, Mann. Es ist wirklich kacke. Da vorne liegt auch noch was. Hast du die Krümel etwa runtergeschluckt, Hugo? Man muss sie wieder ausspucken. Alles gut bei dir? Nee, wieder. Ich dachte, das wären Smacks. Es waren keine Smacks, Mann. Oh, was ist das hier? Was? 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 Das ist halt die Zeit. Oh! A new trail found. Accept. Missing license. Mule deer. New trail found. Accept. Missing license. Mulleder. Hier sind Mulleders unterwegs. Fucking Mulleder. Corona, die Mulleders. Sind das auch Spuren vom Mulleder? Ja, das sind auch Mulleders. Ja, Mann. Das sind alles Mulleders. Komm, die kriegen wir. Ey, da gibt es doch so ein Lied. Und wir rollen über den Kiez. Ganzer Joint voll mit Weed. Mulleder. 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 Mule deer. Ah. Ah. Vorsicht. Hier ist rutschig. Ey, was denn? Wo denn? Was auf dich? Oh Gott. Oh, schon wieder. Alter, hier ist matschig. Oh Gott. Okay, ich gehe mal kurz ins Wasser. Alter, du hast einen Anorak an. Der zaugt sich voll Wasser. Okay, man kann hier noch stehen. Man kann hier noch stehen. Okay. Schade. Okay. Ja, hier kann man noch stehen. Ich kann nicht weiter. Ich hänge. Komm da raus. Das sind Blutigel. Oh Gott. Blutigel. Der ist hinterher. Das sind Blutigel. 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 Du bist, da steht, du bist Corona. Hunter Score 2. 2? Oh mein Gott, was hast du? Ich weiß es nicht. Du musst mich anschauen und dann... Hunter Score 0. Ha. Was? Ja, ich habe schon mal was getötet. Ich habe dir doch erzählt. Du hast schon mal was? Ich habe dir doch von der Maus erzählt. Ach, die Maus. Ja, stimmt. Wo sind die Mulleder's? Ich weiß es nicht. Fuck, Digga. Wir müssen die Mulleder's wieder finden. Ja, die können wir eh nicht schießen. Wo sind denn hier... Wo sind denn hier die Viecher in unserem Kaliber, weißt du? Ja, Mann. Wo sind denn die Hasen und die Fasane? Die richtig gefährlichen Endgegner, Mann. Ich bin jetzt aber heiß auf den... Auf den... Auf den Yeti. Shit, Mann. Wir müssen den Yeti finden. Ich habe es gehört. New Trail found. Abandoned current. Yes. Mulleder. Ich habe sie getrackt. Hugo, ich habe sie getrackt. Der Mulleder's? Ja, direkt vor uns. Komm. Go, go. Ich habe Angst, Digga. Ich habe Angst, Mann. Guck mal unten rechts. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe Bock auf so eine richtig geile Hunter-Marte. Du scheiß Hipster, Mann. Du denkst immer nur am Saufen. Lecker, Hunter-Marte. Ja, Mann. Was ist das? New Trail found. Abandoned. Was? Noch neue Mullediers. Was ist das? Oh, Gott. New Trail found. Species Werewolf. Jawohl. Den holen wir uns. Dürfen wir den schießen? Haben wir da eine License für? Also da stand, dass wir eine License haben, ja. Das nächste Mal, wenn Corona versucht, eine Frau anzubaggern, sagt diese Unity License. Oh, ich sehe den Werwolf. Er ist vor uns. Zwölf Uhr. Wir müssen da näher ran. Da vorne. Er läuft. Da rechts ist er. Ich sehe ihn nicht. Da rechts ist er. Ach, da ist er. Ja, ja, ja. Nein, ist das ein Werwolf? Nein, ich glaube, es ist ein Bär. Nee, ein Bär. Ein Bär. Oh, fucking shit. Ich darf nicht schießen. Ich auch nicht. Grizzly Bär. Läuft er auf uns zu? Kämpft er gerade gegen den Werwolf? Ich darf nicht schießen. Ja, wir haben auch keine Lizenz dafür. Wir müssen weiter nach links für den Werwolf. Hinter uns. Was denn? Werwolfgeräusche. Er greift dich an. Nicht bewegen. Ich lege mich hin. Lege dich hin, Hugo. Er sieht mich nicht. Er ist wieder abgedreht. Ah! Oh Gott, oh Gott. Er hat mich. Mein Bein. Oh nein. Corona. You are heard. Press E to heal yourself. Use first and kill. Ich habe keins. Fast travel. Ich habe keine Munition. Ich bin wieder beim Anfall. Nicht dein Ernst. Hugo, das Spiel ist scheiße. Was spielen wir jetzt? Okay. War ein schönes Spiel, Hugo. Lass mal was anderes machen. Oder lass mal wenigstens in eine Map rein, wo wir quasi auch was töten können. Ich bin wieder beim Anfall. Ich bin wieder beim Anfall. Vielen Dank.